so folge nummer 13 mal ob sie uns glück oder pech beschert bei meinem talent war eigentlich eher pech aber wir schauen wir müssen uns jetzt aus diesem tempel rausarbeiten den wir hier gefunden haben noch mal was vergessen haben noch mal so 100 prozent balance ist das maya wort für jaguare die die maya wegen ihrer majestätischen schönheit und gefährlichen anmut verehrten in den dörfern der maya gab es vier akantons götzen die in jeweils einer ecke des dorfes aufgestellt wurden nachts kamen fünf geister jaguare in das dorf wobei vier von ihnen an den akantons wache hielten der fünfte und kleinste balam wiederum koordinierte ihre bemühungen das dorf vor bösen dämonen und geistern zu beschützen gehört dann das zeug zu diesem adler wo ich immer noch nicht drauf gekommen was das ist ein bruder ist hört sich so an das beschreibt etwas in der nähe zwei wächter haben fänge zwei wächter haben füße ein wächter hat beides um mich besser zu beschützen ach das muss ich dann auch noch selber suchen zwei wächter haben fänge zwei wächter haben füße ein wächter hat beides ok warte mal da sind die wächter oder der hat was hat denn das mit diesem monolithen aufsicht ich hab dich ah ja okay das heißt dass genau das wäre also der schatz gut dann müssen wir bei den anderen monolithen doch noch mal gucken da habe ich das ja falsch gemacht ja jetzt ist er ausgegraut gut zu wissen gut zu wissen gut zu wissen da ist interessant die krallen des adlers nutzen sie einen seilpfeil von ästen aus und feinde zu töten und aufzuknüpfen ok muss ich jetzt lang da oder da oder da da liegt noch was rum diese grobe skizze zeigt einen tempel der sich inmitten einer stadt erhebt wenn ich die augen zukneife sieht er wie eine schlange aus geburt der schlange gibt es hier lang wir müssen also jetzt runter um dann wieder hoch zu kommen ja dann ja dann ja das mit dem äh ok hier konnten wir nicht elegant eintauchen warum auch immer unter wassertarnung wir haben Flubberblasen blübberblasen das ist nochmal blübberblasen ja ja da lang geht es nach blübberblasen ja das mit ich kenne hier ich kenne hier ich kenne hier ich kenne hier nicht vergesse unter wasser unter wasser butteln hier irgendwo da 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 das sah jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus blübberblasen da sind wir die ersten die wir hatten soll ich nicht wieder im kreis hier umher schwimmen und jetzt noch da und dann können wir jetzt dem ding da folgen das ist ja nicht so langsam jetzt ja da jetzt eine luft holen ouch das sind piranhas wa okay das habe ich jetzt so nicht realisiert dass die viecher gefährlich sind okay alles klar gut zu wissen aber jetzt haben wir das genug ausprobiert jetzt möchte ich da gerne mal durch schnell weg was ist denn losgeworden ach du ach du heiliges war äh das war viel schlimmer als ich sie ach da bin ich nicht plan schnell deinen ich kann auch ganz schön die luft anhalten du okay okay gibt es hier irgendwo was raus nein da 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 wo ich denn hin warte mal haben wir auf der karte was einge... da haben wir was eingezeichnet was ist das eigentlich Schatztruhe die will ich haben egal was passiert die will ich jetzt haben ähm und dafür muss ich da lang und dafür muss ich da lang vielleicht oder werden gefressen oder beides ja super das ist ja okay wir gucken noch mal ob wir das Ding noch kriegen wo bin ich denn jetzt mach mal die karte auf komm mal die karte auf rechts grundlässlich ja himmel herrgott wo kommt die denn schon wieder her hm das ist garstig äh das ist sogar sehr garstig du kannst dich ja gar nicht bewegen kann ich dir schießen aber noch eine kalaschnikow die wir hatten die funktionieren doch eigentlich auch relativ okay unter wasser aber leider nicht in diesem spiel okay sobald ich in die mitte komme kommen sie auf mich zu äh sollten wir uns am rand halten oder wo kommen die denn her äh ich weiß es gerade nicht ich würde die Schatztrohe gerne haben aber da ist jetzt aber gleich zu vielleicht hier lang das sieht auch ganz okay aus aber hier ist kein Schatz hier ist leider nur Gold aber hier ist kein Schatz hier ist leider nur Gold ja äh mit der Schatztruhe weiß ich gerade nicht darum werde ich hier jetzt einfach mal weiter düsen mit diesen Piranhas das weiß ich leider gerade nicht vielleicht gibt es doch irgendwas später als Eigenschaft beziehungsweise als Fähigkeit dass wir da ein bisschen besser durchkommen wenn ich denn auch noch dran denke dass wir dann da zurück müssen ja es wäre da unten irgendwo gewesen aber es hat nicht sollen sein dann gucken wir mal weiter geht's weiter geht's oh Gott lass das doch tut mir leid hat sonst jemand geschafft keine Ahnung Basislager hier Omikron Team wir wurden angegriffen Basislager komm irgendwas Ruhe ich muss was hören ich kann noch ich kann noch oh Gott sie sind hier hehehe cool wovor haben die so viel Angst das ist eine gute Frage wahrscheinlich vor der Lara ich meine die ist ja auch blutrünstig ohne Ende scheiße ich hab mein Funkgerät verloren Thomas? Panther? Thomas? was ist das? was zur Hölle ist das denn? in welchem Altersheim ist denn das Vieh ausgebrochen? wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs sie sollen sich bereilen verdammt ganz Abtite an Dr. Dominguez wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen suchen die Gegend weiter ab haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für zwei Wochen gestohlen empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation noch keine Spur von Croft es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz zehn Kilometer vom Dorf entfernt vielleicht haben wir ja Glück Anmerkung ein Dorfbewohner meinte eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt Dossier trifft in Kürze ein wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne Ok, also Abby scheint auf jeden Fall auf unserer Seite demzufolge zu sein Sure Daily Checklist Oh leil Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen Zähne Sehr hilfreich Hey! Etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff Die Schreie Knochen Es ist vorbei Du bist sicher Ich sehe sie noch immer Ich kann das einfach nicht! Na komm Wir gehören nicht hierher! Alles okay, alles gut! Put put! Wir müssen einfach nur warten! Das sind nicht! Ziele fast! An meiner Position! Gut! Gut! Nehme Defensivposition ein. Wir haben... Ach, verdammt. Ey, das sind ja mehr als ich dachte. Zuführen hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also nochmal. Sie ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Seh, hilf! Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay. Alles gut. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Was sind das für Dinger? Ach, hat sich auf den Schlamm geschmiert. Was ist das für Dinger denn noch? Okay. Die sind nicht natürlich. Das ist echt scheiße. Die Leute waren zu lange im Dschungel. Und jetzt drin. Ich sehe sie. Getack! Oh, 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 oh. 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 Schuss! Denk nicht dran. Äh, ja. Was sind das für Kreaturen? Ja, das ist eine gute Frage. Sammeln jetzt mal. Ja, da, äh, da. Würde ich mal behaupten. Okay, also zurück zum Dorf, meint er. Dann machen wir das doch mal. Was sind wir überhaupt? Da oben sind wir. Da unten wäre dann die Nebenmissionen. Scheint Tender vergessen. Okay. Hier wäre dann noch eins. Das nehmen wir mal mit. Okay. Oh Gott. Überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt. Von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Laura, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ist du in Sicherheit? Ja. Ich bin auf dem Rückweg. Ich bin auf dem Globus. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itiximitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinzerira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinzerira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Kuwagyaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wo wir jetzt plötzlich sind, das liegt an der verflixten 13. Folge. Die ist nämlich leider irgendwie kaputt gegangen. Die war eigentlich schon komplett im Kasten bzw. auf der Platte und als ich die auch nochmal stoppen wollte, meinte Windows so, äh, nö. Und hat dann einfach mal sang- und klanglos einen grauen Bildschirm gezeigt. Und das war's. Und aus irgendeinem Grund ist leider die Aufnahme dabei auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich konnte jetzt vieles retten. Alles, was ihr gerade gesehen habt, konnte ich retten. Das sind die ersten 22 Minuten. Fehlen knapp 10. Das Gute ist, ihr habt nicht allzu viel verpasst. Eigentlich so gut wie nichts. Äh, wir waren, ups, wir waren nämlich hier oben. Äh, wir waren, äh, ich glaube ich, wir waren hier. Ne, wir waren da. Da hat's praktisch ausgesetzt. Und wir sind dann praktisch einfach nur hier rausgeplumpst. Äh, etwas planlos hier durch die Gegend gelaufen. Und ja, ich wollte dann nicht mit der Hauptmission weitermachen. Hab gesagt, wir gucken mal ein Stückchen zurück, was wir so vergessen haben in den anderen Gebieten. Genau darum sind wir jetzt eigentlich auch hier. Hier haben wir den da noch mitgesammelt an Dokumenten und den spiele ich euch jetzt mal vor, damit ihr auf dem Laufenden seid. Äh, das war der, genau, Tagebuch Nummer 3 war das, wenn ich mich ganz täusche. Sechster Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Ja, also das war's und dann habe ich mich praktisch hier rumgeschwungen, von hier nach da, habe noch dieses Überlebensversteck mitgenommen und habe jetzt eigentlich gesagt, der nächste Folge wollen wir uns diese Krypta vornehmen. Und das werden wir, denke ich mal, auch machen. Heißt, ihr seid jetzt wieder auf dem Laufenden. Ist ein bisschen doof, dass da ein bisschen was verloren gegangen ist. Hoffen wir, dass es wirklich an der 13. Folge lag und nicht nochmal auftritt. Und ansonsten jetzt bis zur nächsten Folge. Tschü tschü.